Hallo zusammen, willkommen auf Wörth Safari. Heute geht's los. Wörth Safari. 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 München einchecken. Flugzeit circa 10,5-11 Stunden, je nach Wetter-Windlage. Und dann melden wir uns zwischendrin mal und zeigen euch ein paar Bilder und hoffentlich zu guter Letzt dann in Bangkok. Zwar etwas gestresst, wahrscheinlich auch müde, aber gut angekommen. So, da sind wir jetzt mit dem Flieger. Eingecheckt haben wir Boarding, alles wunderbar. Jetzt fahren wir gleich. Wir sind sehr gut in der Zeit, haben unsere Plätze bezogen. Eine Dreierreihe für uns. Ich denke, das sollte reichen. Vierereien gibt es zwar auch, aber leider ist der Flieger ausgebucht. Das heißt, wir konnten uns hier nichts ergattern. Dementsprechend müssen wir mit den drei Plätzen zufrieden sein, die wir bekommen haben hier. So, jetzt hoffen wir mal auf einen guten, ruhigen Flug, wenig Turbulenzen und hoffentlich viel Schlaf. Und dann sind wir in 10 Stunden in Bangkok. Gleich geht es los. Und dann sehen wir uns in Bangkok. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. So, Bangkok Flughafen kommt raus und es hat ungefähr 35 Grad. Und 80% Luftfeuchtigkeit. Jetzt müssen wir nur noch nach unserem Transport schauen. Hallo. So, World Safari ist angekommen in Bangkok. Nach 10 Stunden Flug München-Bangkok sind wir jetzt hier angekommen. Viel sieht man noch nicht. Wir sitzen jetzt im Taxi. Wir haben uns ein Taxi genommen und fahren jetzt in unsere Airbnb-Unterkunft. Genau, da hoffen wir mal, dass alles soweit läuft. Wir haben mit unserem Host jetzt mal kurz telefoniert. Es ist an sich soweit alles geregelt laut Host. Schlüssel sollten wir auch vor Ort bekommen. Deswegen lassen wir uns jetzt mal überraschen. Es war jetzt aber doch ein ganz schöner Act. Wir sind irgendwas mit 6 Uhr gelandet. Und bis wir jetzt eigentlich unseren Taxi-Driver gefunden haben, der nicht da war, den wir eigentlich gemietet haben, mussten wir uns halt jetzt ein Taxi suchen. Die Maus hat aktuell eine Stunde geschlafen. Es ist deutsche Zeit, mittlerweile, glaube ich, 2 Uhr nachts. Sie hat eine Stunde geschlafen. Sie ist echt so tapfer. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Man hört es an der Stimme. Und wie gesagt, wir freuen uns jetzt unglaublich aufs Bett. Fahren jetzt zu unserem Host. Und ja, dann werden wir uns später nochmal hören. Ciao. Hallo. Heute möchte ich euch mal unser Apartment ein bisschen zeigen. Das Villa La Salle. Ich führe euch einfach mal durch und zeige euch mal die schönen Plätze hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.